Willkommen im Land Mojo. Hier treffen wir Jod, den kühnen Knacken und seine Freunde Viola, Krass und Vincent. Unsere Helden beschützen das Land vor dem schurkischen Zauberer Grummweil. Sie wagen sich bis an die Ränder ihres Reichs und sogar darüber hinaus. Dort gibt es für Jod eine ganz neue Welt zu erkunden. Mit Gefahren, Überraschungen und hübsch eingerichteten Unterkünften. Unsere Helden müssen Grummweil über beide Reiche hinweg bekämpfen, wenn sie ihr geliebtes Land vor seinen teuflischen Plänen retten wollen. Raus aus der Seite. Rein ins Abenteuer. Der kühne Knappe.